Herzliches Hallo-Halli-Hallöchen, Hallaludel, Halleluja von Exido und zwar, äh, machen wir hier weiter, es ist gerade bei mir 9.22 Uhr, also noch früher morgen, ich bin auch gar nicht mal so ausgeschlafen, einfach raus aus dem Bett, ran an PC und let's playen. Ja, äh, bitte, liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Ja, so, machen wir mal weiter und, oh, wir sind in einem Geisterwald, uh, geistliche Gräber, Grof, was weiß ich. So, gucken wir mal, äh, ich glaub, die Farbe passt heute mal, ausnahmsweise. Ich weiß nicht, was das im Hintergrund ist, von daher, äh, was ist das? Es ist eine Schlange, die, uah, ich capiers nicht. Okay, und so, und hüpf, und ach, wird ja, da ist ein Ka-ah, was haben wir hier, ihr, und wusch, und, äh, nein, 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 friss mich nicht, friss mich nicht, ich frässe dich, äh, ich meine, ich hüpfe auf dich drauf und dann fresse ich dich, ja, zum Frühstück, paff. Ja, wie gesagt, Frühstück, also, äh, hab ich auch noch nicht gehabt, scheiße, man, 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 bin ich ein Vorbild hier für die Jugend, ach, tut mir leid, tut mir ganz, ganz herzlich leid, da ist ein O, öpsa, naja, eigentlich tut's mir ja nicht leid, aber trotzdem, äh, ich hab halt einen straffen Zeitplan, muss ich mal so sagen, und zwar, öps, in anderthalb Stunden muss ich in der Schule wieder sein, und, dann hab ich da meine ersten, beiden von vier Stunden, ja, ich freu mich, dass ich heute so wenig Unterricht hab, auf jeden Fall, dann komm ich wieder nach Hause, und dann seh ich mal weiter, und da ist ein N, öh, wird knapp, pfff, boah, haha, nein, was sind das überhaupt für Viecher, das sind komische Seile, die Köpfe haben, ui, 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 so hoch da, Geht doch, blub, ui, 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 ja, es ist geschafft, und dich hau ich auch kaputt, und dich auch, und das G hol ich mir auch, oh, jetzt hab ich ein Leben bekommen, oh, ja, ich fühl mich toll, ich hab mehr Leben, oh, yeah, ich springe, und die Bananen, die sind mir egal, denn da ist ne DK-Münze, hä, das hat doch kein, das hat grad keinen Sinn gemacht, aber ich hab es gesagt, also muss es richtig sein, Crazy Coaster, oh, ich hasse diese K-Stadt von, Stadt C's, naja, und hier, wieder ein Rollercoaster, Moment, da, dann war wieder die Farbe, da haben wir ja schon ne, 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 andere Farbe gehabt, ja, 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 genau, so, und jetzt noch, so, und, so, okay, müsste passen, ja, passt, sieht doch auch gut aus, ich mein, ouch, ja, schon, schon das erste Mal getroffen, kann ja nur gut werden hier, oh, ich brauch wieder so eine Scheiß, so ein Fass, so ein DK-Fass, ich will's haben, ja, so viel, wenn man einfach grundlos springt, warum springe ich grundlos, ich, ich bin grundlos gesprungen, falls ihr es nicht gesehen habt, ich bin da grundlos gesprungen, das geht doch gar nicht, alter, ich hab Angst, ich hab so einen Schiss, ey, jetzt aber, das war's noch nicht, das war's doch noch gar nicht, jetzt, ich hasse es, ich hasse diesen Level, in dem man irgendwie, ganz schlecht, ey, ganz schlecht, kon, ich hab kon, ich krieg auch kon, nein, krieg ich nicht, weil das G, das wär da oben gewesen, wer stimmt mir zu, ich weiß es nicht, ob's da oben war, ja, aber, da ist das G, okay, da war's nicht oben, ich hab Angst, ich hab so eine Angst vor dieser Fahrt, oh, ich hab's geschafft, oh, ich hab's geschafft, ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich hasse das wirklich, wenn man, wenn man, etwas, genau dann tun muss, ah, jetzt haben wir wieder so ein Level, hm, ja, okay, schnell, umändern, zack, fertig, geht doch, ach, immer diese Umenderei hier, kommt man da irgendwie drüber, über das da, na, da ist was, da ist was, da war was, Moment, zack, was ist das, ich glaub, ich muss da anders lang, hin, ii, Wind, ah, und am Ende steht ein Boss, und er nennt sich, Airman, nein, natürlich nicht, komm ich da nie hoch, ich will da hin, oh, das ist doch scheiße, was ist das, für ein Kack, ah, Wind, Wind, ich hasse Wind, ah, Rückenwind, ii, bam, ein K, und Rückenwind, und, Hilfe, Hilfe, da kommt bestimmt auch noch Wind, also an den Stellen, da kann ich mir Wind gut vorstellen, nein, natürlich nicht, das Spiel darf ja kein Megaman sein, ach, es ist zwar ein Donkey Kong, aber es könnte ruhig mal ein bisschen schwerer sein, aber nein, äh, äh, ist ja nicht, ah, ne, ich, stell mich auch so blöd genug an, Mann, scheiße, aber ich will da rüber, warum geht das nicht, warum, warum machen die mir das so schmackhaft, und dann, sowas, das ist unfair, das ist unfair, von den Typen von Rare, und, so, und Nintendo überhaupt, so, jetzt hier, Stachelschwein, yeah, ich hab dich getötet, so, jetzt mach ich mir nicht die Mühe, jeden einzeln zu, bespringen, äh, na, ich, ihr wisst schon, was ich meine, oder, hier, hier, jede dieser, komischen, Plattformen da, einzeln, ich überflieg einfach nur, ich überflieg einfach nur, das hört sich ja auch gut an, wie beim Lesen, äh, au, ihr scheiß Stachelschweine, und ja, ich komm da, ich bin ja nicht an das Tier gekommen, was ja hier eigentlich, ach, lassen wir es, wie soll man denn da, und, wenn einer weiß, dass, wie das geht, dann, bitte in einem Video zeigen, wusch, ja, ich weiß, ich werde wahrscheinlich das N überflogen haben, wo ist das N, da ist ein, etwas, ah, wusch, so, was haben wir hier, eine Truhe, geh auf, da ist das N, ha, ich wusste, ich krieg das N, äh, nein, ich hasse es, ich hasse es, so, wie kann man ein Spiel nur so sehr hassen, ah, und dabei ist es noch nicht mal schwer, oder so, ich mein, es gibt, ich, ich hab schon einige schwerere Spiele gesehen, und ihr habt mir dabei zugesehen, wie ich die gesehen hab, und hopp, ah, knapp, nö, ich dachte, ich hätte noch Rückenwind, destroy them all, nein, wie denn, alter, ist das kacke, nö, was zum, oh nö, jetzt wird's eklig, Windänderung, oh, wie scheiße, wie scheiße ist das denn, also, das Level wird, äh, was, äh, äh, weiter, nein, doch, oh Gott, ist das Level kacke, ist es scheiße, ey, jetzt muss ich mich in Acht nehmen, und, nein, doch, nein, doch, oh Gott, oh Gott, ihr wisst gar nicht, wie schwer das grad ist, wie scheiße, wenn der Wind sich dreht, und, ah, jetzt wieder, boom, oh, da, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, das war so eklig, oh, und die letzte Banane hat mir noch ein Leben geschenkt, ist ja geil, speichere ich jetzt schon, ach was, ich, ich werd's lieber, äh, nachher vergessen, so, hier haben wir wieder, Honig, 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 nene, 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 nö, 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 und so, und, schon sieht alles, gelbiger aus, hä, und wir haben wieder ein, nö, 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 mit dem nicht mit den Flügeln schlagen. Ich kann auch nicht spucken. Ich verzweifle hier. Verdammt. Es geht nicht. Ich kann mit ihm nur lenken. Ist das kacke. Ist das scheiße. Oh nö. Wie bekloppt ist das denn? Wer hat sich den... Hurra. Wer hat sich das ausgedacht? Und noch so ein Stachelschwein. Und hopp. Und oah. Das war doch scheiße. Wieso? Komm ich da wieder hoch? Nö. Natürlich nicht. Ach. Wozu denn? Hier. Hälfte geschafft. Loft. Wer hätte euch das? Vielen Dank.